drum music bassline moin Leute was geht und herzlich willkommen zu einer anderen Folge von GTA Online mitten in der Showbox der Name ist Sajjn Cola Moin und wir starten hier ziemlich weit oben ja genau denn ich bin die Web Super War Ride Stunt also im Prinzip ist das nicht wirklich ein War Ride Stunt für ich habe gewusst, ne ich bin erst wieder zurückgefahren auf jeden Fall wir schauen ja in dem Hochhaus und haben uns also die in Unterkommt da weil man kann diese Kinder machen aber ich persönlich hat schon letzte Runde ja genau ich habe auch so dass runter fallen überlebt Das ist total random, wenn man das überlebt, wenn man nicht mal. Ne, du musst komplett gerade an aufkommen. Na, hast du auf und davon, oder was? Alles klar. Die Map ist nämlich auch gar nicht so groß, deswegen... Ne, genau, das ist nur quasi so eine... Och, nein. Das ist nur so eine Anfangsmap für uns, zum Einspielen. Die zweite Map sind auch länger. Naja, normal. So, du bist gerade erster, du bist da... Ich weiß nicht, ob ich die noch einholen kann. Oh Gott, das will... Ja. Ja. Loll, bist du das da? Ich bin jetzt hier... Ja, am Ausgangspunkt, nur sonst was. Oh, du weichst. Oh, nein. Mach doch nichts. Ne, das Ziel ist aber gleich drin. Ja, ja. Und rein damit. Loll. Ja, guck halt. Oh, nein. Showbox, du bist so... Was denn? Hast du es geschafft? Ja, ja. Ich habe gedacht, weil dein irgendwie... Motorrad daneben lag oder so. Ja, nee, das hast du es geschafft. Der ist immer noch da. Ja, what the fuck? Ja, der hat... Wir gucken, den wird sich länger zu, Leute. Für Sachen, die haben die Map geschafft. Genau. Der weiß anscheinend nicht, dass er einfach so runterfahren kann. Aber jetzt probiere ich das auch. Aber egal. Dann sehen wir uns gleich in der zweiten Map. Bis gleich. Genau, bis gleich, Hattu. So, Leute. Und willkommen zur zweiten Map. Oh, ja. Wir sind ein bisschen... Äh, die Map ist ein bisschen größer jetzt. Ja. Auch was mit Super. Und zwar Super... ...Lake Jump Rallye oder sowas. Genau. Und auf geht's. Warum startest du mal weiter vorne? Ja, weil ich bin der... Lol, der hat immer den Spoiler mir ausgefahren. Ja, ja, genau. Ui, ist nice, Alter. Ey, der Wagen sieht recht... Du bist ein... Spasti! Oh, Gottes Willen! Hui! Das war kontrolliert, du. Boah, Junge, das war... Das war... Das war kontrolliert, ich schwör's dir. Ist schlecht. Bist du jetzt in First Post? Naja, ich mach' ich jetzt... Bam, Junge. Alles klar. Ist so, drück' mal den mal hier von der Kante. Oh! Oh, das Bremsen war legit, Mann. Opfer. Alles klar, total. Richtiges Opfer. Komplett mal reinfahren, ja? Oh, ja. Normal, Alter. Du musst... Du brauchst die... 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 Minimap-Knowledge, ja? Du musst bei dir am Sein sein. Guck einfach, wo du hinfährst und wo du abbremst und so. Oh, shit. Mama, ich muss da hin. Oh, da hab' ich doch auch wieder aufgeholt, du Hurensohn. Oh, nö. Nee? Oh, das war legendär. Oh, Hurensohn. Hurensohn. Wie ich weiterfahren. Ich wurde auch weggeschleudert, ne? Du bist ein Hurensohn. 370 Grad. Mhm. Mit Gradmesser am Start hier. So, Bridge. Ist ja noch nicht mal das Herzstück, der Map. Oh, so ein Opfer. So ein Opfer. Das geschieht dir recht. Das geschieht dir recht, ja? Hast du gebremst, ja? Ja, ja. Ich hab' gesagt, ich hab' gedacht, wenn ich jetzt grad mal so quer stehe, kann man ja mal blocken. Oh. Nee, gibt's irgendwo eine ganz fiese Stelle, ich weiß nicht, wo. Ja, diese Glocos runtergeht. Oh, nee. Oh. Sehr gut. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hi. Oh, lol. Bin ich gerade über dich drüber geflogen? Ja. Nice. Was mach' ich denn? Fahren? Weil mir immer so am Rand hoch und runter rückt. Oh ja. Oh, das wird mir grad ganz schön eklig. Was machst denn du da hinten? Oh. Ich weiß nicht. Ja, der Wagen, der macht immer so viel Speed, man. Das ist kack jetzt. Ja, ist richtig geil, der Wagen. Auf dem Sandweg. Ja, T20. Ja, man hüpft hier. Keine Sau kennt den Wagen. Bin ich aber, ja? Keine Sau kennt das Schwagen. So, gleich kommt der Stunt, ne? Oh ja. Und dann die zweite Runde. Nein. Wie ich immer mit so viel Gas in die Kurve reinkommen, ist ja der Wahnsinn. Lass mich. Obwohl der Stunt ist auch ziemlich schwer, halt dieser Leg Jump. Und, machst du's? Nee, ich mach mein Taktik mit Respawn, damit ich immer gerade anfahre. Anfahre? Ja. Wie sich jetzt ein Swoost klauen wird. Nee. Oh Gott, jetzt muss mein Schweiß sein. Komm schon. Nein, nein, nein. Oh Gott, ich will. Oh Gott, ich will. Wie du da langfliegst, wie soll's Flugzeug? Oh. Ja. Nee, ich seh nichts. Nein. Vor allem, ich kann's jetzt nicht machen, weil kein Booster ist. Komm schon. Nein, ich weiß, ich hab's auch nicht geschafft. Fuck, fuck, fuck. Dann mach ich jetzt. Na nee. Na doch, die Booster weg. Oh ja. Oh. Alter. Oh, der kommt, Mann. Ja gut, diesmal hab ich's nicht geschafft, Alter. So im Mixer. Hast du's geschafft? Sowas lächerliches, nein. Okay. Gut, ich mach noch nichts. Weißt du, wie ich penetriert hab? Richtig gerade, aber... Ja. Ja. Was? Hast du es geschafft? Ja. Ich hab's, ich hab's. Ich spür's, ich spür's. Nein. Bitte. Du überschlägt's erst mal. Ja. Ja. Mama. Ja. Oh, schmeckt das super. Nein, nicht ins Wasser rein. Bin ich denn eine Mistgeburt? Ja. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht... Nee. Meine Code ist weg. So was... Asoziales. Nein. So was. Hab's, hab's, hab's. Ey, du bist so ein Mongo, Alter. Bist du ein Mongo, so ein Mongo, so ein Mongo? Da kommt doch geflogen. Rückwärts? Was machst du? Ja. Oh. Ja, klar. Was? Warum? Was? Oh. Oh. So. Auf geht's. Zweite Runde. Das wird in Wies schecken. Die Situation kenne ich doch hier. Also andersrum. Ja, andersrum. Ich lerne deinen Rücken mal kennen. Aber das Hinterteil sieht schon geil aus von dem Auto, ne? Ja, ne. Das Hinterteil, uh. So, da komme ich mal mit dem Windschatten und ziehe bis ein bisschen vorbei hier. Boah. Das war bremsend. Hehehe. Ja, Opfer, würde ich sagen. Jetzt habe ich den Windschatten, taue ich dann weg, ne? Ne, mach's ja nicht. Ah, bist halt ein Spasti. Bist halt einfach ein Spasti. Du scheiß Wohnsohn, Mann. Oh, nee. Man muss halt so bisschen wissen, wo es lang geht, ne? Ein bisschen. Würde ich, ne? Das weißt du. Ne, mach's ja nicht, Alter. Mach jetzt easy den ersten. Easy. Das? Ach so? Oh, nee. Oh, lol. Das dreht sich halt einfach aus dem Nichts. Ja, ja, ich hab's gesehen, Mann. Das war ich, das... Wenn du bremsst, zieht der den Spoiler wieder ein. Das war der Geist Gottes, Mann. Oh, zieht der wieder ein, ne? Der Spoiler. Shit. Mach's doch nicht. Nein. Hurensohn. Oh. Hab ich jetzt schon, dass da von Drücke war, man ist, wer weg. Oh, nein. Wie kannst du irgendwie den Zellempfehler machen? Oh, nein. Oh, v, v, v. Oh, nein. Ist aber auch schwer in der First Person, da in der Ego-Perspektive, da was zu machen. Oh, nee. Oh, Gott. Oh, nein. Ach, du. Ach, sehr schön. Tschüss. Ich bin weg. Wir spawnen doch jetzt. Nein. So lächerlich. So lächerlich. Weißt du was? Ja. Lol. Ja, Mann. Alter. Wie ich mich gerettet habe, Junge. Yo. Lol. 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 Was ist denn das jetzt? Aha. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Da hast du dich mal verabschiedet, lock of lock ich. Ich berühre einen, so einen Stein. Überschlag mich, hilf mal. Ja, aber natürlich. Gleich kommt ja meine Lieblingsstelle. Das war sie hier. Nein. Wie kann man, wie kann man so, wie kann man so schlecht sein? Ich hätte auch durchfahren können. Ich hätte auch durchfahren können. Nein. Ich nehme immer die scheiß Steine hier mit. Ja, am Rand immer diese coolen oder so, da fliegst du weg wie sonst was. Moin. Verpiss dich. Lol. Ich fahr zurück, weißt du mehr, oder was? Ja, ja. Auf geht's und nach vorne jetzt. Nach vorne. Es hat sich ja noch nichts entschieden, ne? Man muss ja, muss ja beachten. Ja. Man muss ja, oh fuck. Man muss ja beachten, dass der Sprung hier eins der schwierigsten Sachen hier ist. Oh. Nee. Oh Gott, das will. Oh Gott, das will. Nein. Ach, was mache ich denn? Erstmal respawn. Erstmal gucken, wie die, erstmal checken, wie die Lage ist. Ach, jetzt nimmst du ja den Boost weg, Mann. Wenn ich es jetzt schaffe, bist du am Arsch. Wenn ich am Arsch. Und ich schaff's. Mach's. Mach's. Ich muss nur bevispawnen, Leute. Ich kann's ja anders machen. Hast du echt gemacht? Hat er nicht. Doch. Hab ich. Echt jetzt? Aber ich lasse deinen Versuch noch. Und so. Ja, ist denn keine Dinger da? Ich bane jetzt einfach. Wird eh keinen Sinn machen. Oh, ich wollte aber vielleicht... Es gibt drei Runden. Lol. Stimmt, wir haben doch drei Runden gemacht. Oh, das ist jetzt assi. Ah, das ist jetzt assi. Moment, ich fahr jetzt einfach weiter. Tschüss. Hey, ich fahr jetzt einfach weiter. Du hast doch drei Runden gemacht, oder? Äh, ja, kann sein. Ach, so ist das. Oh. Naja, dann. Komm. Das Fliegen sieht echt übel aus wie ein Flugzeug. Nee, so übelgratlinig. Oh. Lol. Nee. Auf ihr Zeug. Nee. 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 Oh. Nice, okay. Auf geht's. In die letzte Runde, meine Freunde. Und nach vorne mit dem Ding. Und geradeaus mit Vollgas. Lol, fast fest mitgegen? Hm. Yo. Das muss keiner einfach respawnen will wieder vorne, ne? Was? Hä, wie? Lol. Stimmt, what the fuck? Sohn, hohn, sohn. Mhm. Sohn, hohn, sohn. Na, versuchst du mich noch vom Wee abzudrängen? Oh, ich hab noch was Speed aufgesammelt, wie Spasti. Ja, ja. Ich bin jetzt ultra schnell durch den 1 Speed, was? Ich bin jetzt hier da. Ich mach den Usain Bolt. Ich mach den Usain Bolt. Ja, komm, drast mal, ha? Den Usain Bolt mach ich. Komm, doch. Ich mach gleich Kondo, Junge. Ich mach gleich. Ich steig aus. Ich steig aus. Boah. Boah. Ui. Ui. Ich wollte dich weg haben. Oh, nee. Oh, nee. Verpiss dich. Hä? Als ob du nicht dadurch abgedrängt wurdest, dass du mich gerammt hast, du elender Hohrensohn. Du elender Saft, zack du. Auf geht's. Los jetzt, los jetzt, ja. Ja. Ich mach jetzt, ich mach jetzt Fehler auf einen Rand. Mach doch nicht. Och. Ey. Ich hasse Sandwege. Ich hasse sie wie... Ich finde die richtig geil. Die Mutter. Weil alle anderen, die nicht können und ich gut kann. Ey. Ey. Kannst gar nichts gut, Mann. Bin grad erster, ne? Du kannst höchstens gut den zweiten belegen. Oh. Haut er raus. Ne, ich bin lasse. Haut er raus. Wiss denn, nee. Nein. Das machst du. Es kann nicht wahr sein. Ich nehme alles mit, oder? Ich nehme alles mit. Es ist ja... Es ist nicht zu fassen. So, erstmal weg mit dem dort. Lärmer das. Erstmal weg mit dem. Erstmal fort. Fort. Nach Nausen. Hörst du eh auf. Nach nirgendwo. Ja, wie ich fahre momentan. Boah. Es ist doch lächerlich, diese Physik. Was denn du? Oh, nee. Ja, du fährst aber auch direkt nach, gell? Als ob du dich überschlägst. Hä? Fass de fuck? Lol. Ich kann mich nicht wieder auf. Ha. Nee, nicht. Tschüss, ich komme. Ey, der Spaß hat sich überhaupt nicht konzentriert. Hörst du nicht einfach mal reingefahren, sag mal. Erstmal weg mit dir. Erstmal weg mit dem Hohenzohne. Und da sehe ich schon wieder die Rampe an der Mühle. Mit den ganzen Blitzen. Ey. Was nimmt dir deine Roma so? Der macht das mit Absicht. Ich schwör's dir. Das kann nicht wahr sein. Auf geht's. Nein. Wenn ihr nicht meinen Controller hirn könntet, ey, würde ich... Wenn ihr den Controller hirn könntet, ich... Lol. Falsche Richtung. Was? Hä? Was? Niemals. Niemals. Es ist ja nicht wahr. Es ist ja nicht wahr. Nein, du bist so ein Hurensohn. Du bist so ein elender Hurensohn. Und tschüss. Da kommt, Mann. Nein. Ja, ich komme. Ich komme. Oh. Oh. Ja. 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 Oh. Oh. Leute. Der Sieg schmeckt saftig. Nutzloser Kind. Nutzloser Kind. Er schmeckt saftig. So kommen wir da nochmal den Typen danach. Wie der das hier meistert? Oh. Schön. Ja. Ja. Nee. Auf geht's. Doch, da kommt doch. Lol. Nice. Und da fliegt er rein in den Sieg. Nice one. Ich bin erster. Hast du... Liebe endet. Hab gewonnen. Jungs, Liebe endet. Habt ihr das? Wie kurz ich vom Ziel war? Die Zeit ist abgelaufen. Lol, echt? Zehn tausend hab ich dafür bekommen. Yo. Zehn tausend. Ah, du bist das so. Ja. Oh. Ja. 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 Und rein. Rein. Oh. Sehr schön. Liebe endet. Jungs, wir lassen es lieber. GG erstmal an der Stelle. Auf jeden Fall, Jungs, wenn euch die beiden kleinen Maps... Was heißt, die eine kleine und die eine große und die eine große und feine haben, lasst gerne mal den Pussywert und da schreibt gerade irgendwelche Vorschläge in die Kommentare. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Wir hören rein. Pfff, ah, Klammer. 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 Pfff, ah, Klammer.